In einem Video nennt Tim K. die Berliner Staatssekretärin Sorsan Cebli Quotenmigrantin der SPD und islamische Sprechpuppe. Ist das eine Beleidigung? Heute hat das Amtsgericht Tiergarten entschieden, nein. Für Sorsan Cebli ein Skandal. Das heutige Urteil ist eine bittere Nachricht für alle Menschen in diesem Land, die von Hetze und Hass betroffen sind. Und die Feinde der Demokratie nutzen verstärkt die Schwächen unseres Rechtsstaates aus, um ihre rechte Hetze ungehemmt streuen zu können. Und dieses Urteil bestärkt sie darin, dass sie all dies tun können, ohne dafür in Rechenschaft gezogen zu werden. Und gerade in Tagen nach Hanau ist das ein fatales Signal. Aber wir dürfen nicht kapitulieren, sondern wir müssen das klare Signal setzen, wir machen weiter, wir kämpfen weiter, wir werden weiter unsere Demokratie verteidigen, wir werden weiter gegen Rassisten und gegen die Betreiber von Hass und Hetze vorgehen und werden uns weiter dafür stark machen, dass Deutschland ein liberales, ein weltoffenes, ein tolerantes, ein vielfältiges Land bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017